So, willkommen zurück zur Telltale-Story. Er schafft das schon. Das ist unsere Antwort. Die Prostetik ist bereit. Ist der Patient? Okay, aber du stehst, um sicher, dass Dr. Dipschit nicht den falschen Arm auskommt. Ey, die wollen echt wegen dieser Schusswunde den Arm abnehmen? Okay, bevor es Infektionen gibt. Aber wer soll das machen? Oh, übel, ey. Hätte man das nicht anders, wenn wir die Kugel rausoperieren können oder so? Ei, ei, ei. Muss das gleich eine OP sein? Nee, 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 nee. Tschüss, Friedhof. Prümmer fällt in der Nähe eines Orbital-Körpers. Cap, Scanners aren't picking up any signs of fuel. Keep looking. Meantime, I'll go for their reaction mass. So, durchsuche das Gürtler-Schiff nach Reaktionsmasse. What a mess. Warte mal. Fuck, are Earth and Mars so worked up. Wird sagen, wir fliegen dann auch gleich ein Stückchen, oder? Who knows? Hopefully they all got some reaction mass on board, though. Tür, öffne die Tür. Damn. The Blast-Doors to the Laguna are locked down. Not sure if there's a way to open them. Always a way through. If you got enough explosives. Go, check out the other ships. I'll see what I can rig up. You want to use explosives to blast through a blast door. Guess that could work. Here, die Tür aufsprengen. Aber die Koordination im Weltall ist echt geil. Müsst du dir echt sagen, also. Wir können uns hier gut bewegen. Durchsuche das MCR-Endschiff nach Reaktionsmasse. Mach ich doch. Wir müssen unser Triebwerk endlich mal in den Griff bekommen. Hauptsache wir treffen hier nicht nur auf Piraten, dass sie mit so einem kleinen Einzelschiff rumlaufen. Ja, hier wieder. Erst ansehen und dann anrufen, okay? Haben sie eine Interrogation planiert? Dann wollen sie starten, zu shooten. Hm. Das Martian-Schef hatte Fokus-Drug auf dem Board. Ich muss mich auf die Frage stellen. Ich liebe diese Dinge. Rayon und ich wurden von dem MCR-Endschiff in einmal. Ich dachte nicht, ich würde das Interrogation-Rum leben lassen. Ich habe die Martian-Eye gesehen, ist alles wunderschön. Die letzte Mal, dass wir überhaupt nichts auf Vesta verhielten. Wir mussten nach Ceres gehen und beginnen zu stehlen. Okay, Konzentrations-Drogen. Voll krass. Haben die sich echt Stoff reingeballert? Aber unter was für'n Druck muss nie gestanden haben. Okay, wir können glaube ich nach oben fliegen. Aber warte mal. Da war noch Schrott, den wir einsammeln konnten. Zum Einsammeln halten. Aber sehr gerne doch. Bisschen Bergungs-Material, so muss das sein. So Brücke. Sind wir nicht von da gekommen? Er möchte dass wir hier lang fliegen. Okay. Hast du's ja. Aber vielleicht können wir den Behälter hier auch noch einsammeln. Nee, leider nicht. Okay. Guck mal, was wir hier finden. Die Lampe finde ich geil. So richtig hell gewesen. Hellgrün. Schöne Farbe. Er möchte, dass wir hier lang fliegen. Dann machen wir das doch. Hier nach oben. Ich wäre jetzt nach unten geflogen. Ah, Reaktionsmasse. Sehr geil. Ich habe ein paar Reaktionsmasse gefunden. Ich habe ein paar Reaktionsmasse gefunden. Ich habe sie mit mir gefunden. Ich werde sie verleihen. Bei weh, du lässt sie fallen. Ich habe sie verletzt. Medikamente wären auch ganz gut, ne? Für die Dame. Warte, wie sie mit der Prothese vorhin weggegangen ist, als wenn man mal ohne Schmerzmittel einfach mal so den Arm abnimmt, ne? Das fand ich ja schon ein bisschen weird. Oh, jetzt geht's hier wieder in die Dunkelheit. Was ist das denn? Ach, ein Kabel. Ein Leuchtkabel, alles klar. Ach, der wäre eine Schlange oder so. Oh. Und Inez sagt, der Belter-Food ist schuldig. Ja, klar ist das eklig, aber wenn er nichts hat, irgendwie, von wenn er gar nichts hat, würde ich das auch essen. Real Earth Whisky. Ja, vielleicht hilft der so ein bisschen zu betäuben, ne? Aber warte mal, die Option nochmal anzurufen. Cox, Cox, I need you to tell me everything you know about this Toussaint and the Europa's big. They're pirates, what's to tell? Helpful as always. I'll leave you to enjoy the brig. Wait, wait. Is Kana... I mean... How is she? She'll live. No thanks to you. For that hothead Virgil. He's the one who lunged in and made the gun go off. Which was in response to you provoking him. Er ist krass, ne? Er hat dafür gesorgt, durch sein Verhalten, dass noch eine Frau angeschossen wird und gibt dem anderen die Schuld, ey. Sitzt im Knast. Wir haben ihn vom Leben verschont. Und, äh, trotzdem irgendwie zeigt er keine Einsicht. Unglaublich. Erthers love their Oceans. Too bad they destroyed them all. Oh. Messerblock. Maya seemed willing to help with Kahn's surgery. Hope she doesn't regret that now. Don't want to interrupt, but how is everything down there? The auto-doc kept us on track, but Virgil had to do some with the larger incisions himself. Kahn will be out for a while. When she wakes up, we'll try to attach the prosthetic and... Oh, was da passiert? Oye, Maya. Shit. Ich komm da immer noch nicht drüber hinweg, dass sie die wirklich operieren wollen. Medikamente wär natürlich gut, ne? Antibiotika, dann bräuchte man sie nicht operieren. Wird es auch keine Entzündung in der Wunde geben. Dann könnte man die Kugel einfach noch rausnehmen. Got a barrel here. I'll take her. Klar, er fliegt da mal hinterher und ist zufällig dann da. Super. Good work, Sasata. Das ist eine gute Idee, den Kopf so ein bisschen zu schütteln für den Nacken. Cox said those coordinates were valuable. But Cox started talking just to get out of the mess he made. You've been near the brick lately? Since you save his ass, O'Walla never shuts up. Staatssekretärin Aaron Wright, Captain Kars Garsis. Der Sicherheitsrat wurde über die Situation informiert. Wir entsenden alle El-Hashem Streitkräfte in Reichwerte zum Abfangsort. Du wirst die Flotte kommandieren. Captain Karsis ist eine Flotte. Ich dachte, wir würden nur ein paar Skinnies rausnehmen, äh, ausnehmen, die ich vom Kurs gegeben habe. Okay, nichts Interessantes ist so wahnsinnig. Muss der Kaptain sein. Sehr stolz aus seiner Verbindung zu hohen Tieren im Militär. Naja. Okay, als Kaptain könnte ich das, äh, nachvollziehen. Mal gucken, was wir hier noch so Schönes finden. Sprenge die Tür von Dele Green. Würde ich sehr gerne machen. Wenn wir hoffentlich jetzt Sprengstoff haben. Weil wir haben zwar, oder haben wir ja deswegen das Zeug eingesammelt. Ich dachte, das Zeug, was wir eingesammelt haben, ist für unsere, ähm, für unser Raumschiff gewesen. Habe ich das falsch verstanden? Und, okay, sie geht Gott sei Dank weg. So, Good work, Camina. Now let the whole station see, what happens to Traitors who sell out the OPA to the Indians. Ah, das war mal ein dumpfer Knall. Die Tür war auf. Die ist aber mehr implodiert als explodiert. Ich bin in. Ey, wie mutig, ne? Da einfach in irgendwelche Raumschiffe reinzugehen. Die sehen schon alle so kaputt aus. Hm, another blast door. Pashang. Fine, I'll get more Explosives. Okay. Er holt Sprengstoff, das ist doch gut. I should be able to access the lockdown controls from the bridge. Good thinking, Cap. Could still find more Explosives. Just in case. Na, wo möchtest du mich hinführen? Jetzt wieder hier rein? Hä? Ja, stimmt. Wir sind ja hier noch gar nicht geflogen. Könnte noch mal nach unten, ne? Warte mal, was ist denn das hier für eine Tür? Warte mal, hier konnten wir eben da auch landen. Es ist so wie die letzte Kammer einer Cheops-Pyramide, so sieht das hier aus. Okay, hier scheinen wir aber nicht zu finden. So, jetzt. Ah, warte mal. Kann ich hier rein? Ne. Oh. Gräpelt sich hier an, ab. Hä? Hä? Ich seh nix. Hallo? Boah. Schwerer Grafikfehler, eben. Finde Medizin für allen. Endlich haben sie es mal gerafft. Das ist nochmal was. Ja, seltsam. Manche, manche Ecken komme ich nicht rein. Hier zum Beispiel. Looks like the crew tried to record a message. This message is to all Erda and Martian security forces in the area. We have received your warnings and demands and this will be our only response. The MCRN says we have stolen their property. The UNN says we are traveling illegally in their sector. We recognize neither of your claims over us. This is our ability. Torpedoes away! Incoming! Stand down now and let us keep our course. We will auf jeden Fall haben auch alle geschossen, ne? Also sie haben sich auf jeden Fall gewehrt. Das ist schon mal gut. Aber okay, hat ja nicht geholfen. Aber warum das Schiff so in Trümmer geraten ist, also so kaputt. Ah! Mal den Schweißbrenner rausholen und mal wieder ein ja ich würde sagen fast Quadrat. Ja doch, das könnte ein Quadrat sein. Sonst haben wir immer Rechtecke geschnippelt. Found another barrel. Woo! Bases loaded! Oh, whatever the Inus say. Hohohoho! Touchdown! Woo! Denada! Gerne geschehen! Oh, sie guckte mal sehr ernst. Mensch, sie hat gar keine Freude mehr. Ist auch viel passiert, steht unter Druck. Kann ich ja verstehen. Aber so ein bisschen Freude, bisschen lachen. Oh! Oh, ne, ich dachte schon wieder so eine Turbine, wo wir uns festhalten. Es sieht fast aus, als wenn ein defektes Haus da irgendwie in der Gegend ist. Aber da durch die Gegend fliegt. Oh! Wusste doch, Piratenschiffe in der Nähe sind. Schnell zu Schnell Schnell in der Nähe von Europa zu Bain. Schnell Schnell ist sie verabschied? Schnell es ist ein Broadcast, aber sie müssen wissen wir sind . Schnell es ist nicht zu gehen . Sie wissen ich ich freue zu meeting Sie. Contact mir zu discuss die Tren von Ihren Su Rinder. Oder Sie sitzen und warten und wir finden Der Sieg kann ihn hören, aber er hat ihren Funkspruch, also ihre Kommunikation nicht gehört. Das hätte mir nämlich auch Sorgen gemacht. Dann kannst du nämlich noch so leise sein. Oh. Okay, sie hat ja gar keine Berührung damit. Okay, versuchen nicht von den Piratenrohnen erwischt zu werden. Alter, wie willst du daran vorbeikommen? Okay, es ging sogar. Die sind natürlich nicht so intelligent. Ich scanne zwar die Gegend ab, aber... Oh. Ich darf nur nicht in eine reinfliegen, dann habe ich ein Problem. Alter. Das ist ja beinahe schiefgegangen. Das ist ja beinahe schiefgegangen, Kamina-Drama. Du hast mich gehört? Ja, warum müssen die denn gerade hier lang fliegen? Wir müssen warten, bis sie weg sind. Jetzt. Okay, lassen die beiden nochmal den Laser, dass die Drohne nochmal hochkommt. Und wenn die dann weg ist, dann fliegen wir rüber. Boah, ich dachte, die fällt da runter. Das hätte uns auch noch gefehlt. Ja. Boah ey, die scheiß Dinger sind wirklich überall. Mal gucken, wie die sich verhält, weil sie schießen ja dann auch gleich mit Laser. Ja. Okay, wir haben's Oh, Alter Das wäre ja auch noch Weil das nicht gepackt hätten, ne? Oh, ey, die ganzen Reflexe, die du haben musst Welche Taste du rückst Ist so unangenehm Okay, das ist quasi so der Kontrollpunkt, den wir jetzt hier haben, ne? Aber die Drohne höre ich trotzdem noch Weiche den Piraten aus Ganz toll Oh, was machst du denn da? Was machst du denn da? Ey, so ein Blödsinn Oh, rennt die da? Ey, das gibt's ja gar nicht Ach, die fährt nicht mehr Anstatt der dieser blöden Drohne so auszuweichen Rennen wir noch fast rein Nur weil sie mit der Koordination selber nicht klarkommen, der Unglaublich Oh, oh Alter, das war mal richtig übel jetzt hier Ich glaube, das war der richtige Weg hier lang zu fliegen Alles andere wäre eben Selbstmord gewesen Wir wären da so reingeflogen Ich hatte das Gefühl, da war eben wer Okay Okay Find the party if you're fucking does There are always more options, Captain I'll have the coordinates Even if I have to come through Rubble to find them Goodbye Wow, super Wow, super Oh, die kommt genau in der richtigen Zur richtigen Zeit, in der letzten Minute Wenn wir jetzt Munition haben, können wir uns gut wehren Was wirst du aufwarten? Wir bekommen nur einen Schuss, bevor sie unsere Position kommen Da! Oh Sehr gut Ah Oh, gerade noch gerettet Wird bestimmt immer schwerer, oder? Was machen wir in der Mitte? Die Style ua Dir Oh, ja Ich gucke. Das blökt gast ial Oh, October Hundert Hm Mann H ROBERT Tag Boah, haben wir ein Glück gehabt. Alter Schwede, das war aber mega knapp. Das war aber eine ganz knappe Nummer. Gerade noch so rein. Okay, Sonny! So are we locked! Come on! Hopefully packen wir es. We're out of range now. Whatever the fuck you did, it worked. Well, I believe celebrations are in order. Ja, Freunde, sehr geil. Das ist doch mal mega, oder? Wir haben es geschafft. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, oh Gott, ey. Oh, tolle Prothese. Mittelfinger funktioniert. So, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal schloss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Ich bedanke mich. Lasst mal ein Abo oder ein Like da. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Bis dahin. Goodbye. Bye.